Wo ist denn bei Ende drin? Ich hab keine Leitung drin und so. Das ist so ein Fahrrad. Ich möchte bitte einer der ersten sein. Ich bin dann pink und guck mal was. Der ist voll gut. Ja, deswegen. Meiner ist auch wirklich recht gut. Äh, ich möchte. Moment, jetzt muss ich mal mit mir hinter mir fährt. Andere, hast du mal pink? Äh, was? So, jetzt noch mal. Hast du einen guten Ding? Äh, ich... Also, du legst jetzt nicht um mich her, oder? Äh, Michael, hast du einen guten Ding? Ja, aber bei mir ist meine FPS das Problem. Bei mir ist meine FPS das Problem, deswegen. Okay, okay. Ja, und Tobi, schätze ich, ist... Ja, okay. Tome, wir können los von Tiemanns. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Mike, du fährst nicht hinter mir, du fährst... Am besten... Ja, wahrscheinlich fährt der Tobi mal hinter mir. Dann fahr ich hinter Tobi am besten. Ja, da möchte, glaub ich, der René schon fahren. Boah, ist das laut. Dann fahr ich hinter René. Genau. Also bitte geordnet rausfahren, nicht durch René. Tobi, das ist jetzt. Vorsicht beim rausfahren. Vorsicht beim rechts nach hinten. Oh, dann fahr ich jetzt. Ähm, ey Leute. Das ist ja mein erster richtiger Erster von Beulen in dem ich habsicht schon rumging kann. Kann man gut tun, ja. Wow Bhomme! ich kann Ja, das ist schwer. Ja, schon wieder. Und wieder in Nord-Oligo-Punk? Ja, das gibt ja. Keiner kann neu anfangen werden. Nee, weil keiner rausfährt. Keiner rausfährt. Dann spielen wir immer andere LKW her und wir warten bis wir losfahren. Wie schön ist er denn immer da zu mir? Nein! 30? Ja, warte mal. Der hat da mit den H-Kassen oben auf der Autobahn, die wir noch Platz haben. Ja, dann wahrscheinlich. Ist er vor dem Autobahnkreuz noch. Muss er noch mal meine Leckart dazu nehmen. 514? Ja. 514. Wenn die Luft weg ist, kann ich nicht losfahren. Rhythmen und Luft. Ja, die Luft ist weg. Okay, dann wartet er der nächste Tag nicht, ob er noch rausfährt. Nein, es hat immer noch einen Film gedacht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben nichts passiert. Also bitte, wir stehen kurz vor dem Autobahnkreuz auf dem Standstill. Ja, ja. Wir fahren nicht da hoch. Ja. Der gehört nicht zu uns, oder? Ja. Nein! 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 Ach, zwei sind. Ja. Herr Florian und Roll. Ich muss nach vorne fahren. Ich muss nach vorne fahren. Ja, dann muss ich Ihnen sein. Ich komme nicht von von mir. Nein! 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 So. Du darfst nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr. Ich lese auf dem Typ. Was ist das denn, was ist das denn? Kürzen wir nicht stehen, ne? Ja wo ist es, ich fahr'n rauf? Obis ist voll, obis ist voll, oder? Stehen, bleib stehen, bleib stehen. Warte, was machen denn? Weiß nicht, was machen? Äh, so wie ist denn die Fähne, wie du rausfährst, ne? Was machst du denn dafür, ne? Äh, zur Rolfstadt, ne? Ach, da kommt jeder Angst vor's. Das ist ja... Schick kommt los. Zauberlosen. Warn 3. Dann kommen sie. Damit sind wir fast alle. Nachfahrts. Bitte weiter. Nicht auf den Flur achten. Der steht ein bisschen falsch. Einfach raus, Mann. Der ist nicht auf dem Flur verkehrt. Ich weiß es nicht. Der ist ein Diesel. Der ist so befahren, wenn man so will. Diesel wieder mit Gas. Also weiter fahren, Joshua. Habe es mal bitte jemand in den Chat für beide Fluren und Diesel? Time to play, was ist denn das? Was machen die da? Ja. Ja, da kommen sie jetzt. Könnte ich mal hinter Rolf, ne? Ja, alles gut drüber. Bitte rechtzeitig auf dem Standstreifen. Dass wir nicht halb auf der Autobahn stehen. Cooler Anhänger. Bei Michael. Ja. Ja. Dann kracht es gleich, habe ich das Gefühl. Doch, Quatsch. Ja, ist ja der graue Mercedes. 2 vor dir. Oder 3 neben. Der ist weg. Ist er weg? Okay, passt. Ist der, äh, it's time to play auch so ein Progefahr da? Oder nicht? Jetzt ist natürlich cool, weil der es meldet. Checkt nicht, dass wir hier stehen. Ja, deswegen ist es immer gut, dass man Teamstick geht, ne? Ja. 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 Oh, nicht schnell werden die da vorne. Der ist Diesel. Das hat man grad schon geklärt, das ist ein Progefahr. Oder so. Was er macht. Der geht erst mal ganz nach vorne. Hm. Äh, Dennis, CTT kommt da keiner mehr, oder wie? Äh, nach mir nicht. Und hinten kommt noch einer, und der gehört ihm zu uns. Oster, gehört der Shoot-MTT zu uns? Ja. Und das Einfluss-Lady gehört da zum Knau, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Da hab ich das grad gefragt, nicht mehr. Also, anscheinend ist. Warten, Deutsche Läp, oder stecken mal. Nebenan und Komite. Wem macht man dann Bild? F-12. F-12. Wem oder F-12? F-12, ja. F-12. F-12 geht aber auch. G-K-Geist. F-12 S-H-EI-I-I-I-I-I-I-I-I-I-ih. F-12, das ist auf地方. F-12 Weiß du das war schon. F-12? Weil, daante Näreras ist verurte equipo. Dat pikating nicht ber Chance. Achso, der hat ja wieder keine Firmang surgiert. fait wir. Wer braucht noch ebenfalls schon Placeach. F-12. 我的ervice muss eigentlich lange Swarning sein finden über mich. F-12. Ja, komm mal los. Ja, ja, wir können. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, David, 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 David. Welche Ausfahrt neben mir fahren wir? Ja, passt schon. Okay, alles gut. Ja, ich schreibe mich gleich los. Ja, ja, passt, alles gut, okay. Bitte auf die mittlere Spur wechseln. Ja, ja. 30, oder? 30 auf der Autobahn. Nein, vielleicht nicht. Ja, gestern bei Convo ist immer 30, oder? Ja. Vor allem kommt meine Zugmaschinen. Da sind ein paar Leute mehr dabei. Nein, vielleicht nicht. Ja, für Sonntag geht das eigentlich voll klar. Ja. Sonst sind wir auch nicht viel mehr. Basten, da ist dann noch selber so ein bisschen Rahmen, glaube ich. Mike, ich würde ein bisschen Abstand nehmen. Ja, falls du irgendwer eine Vollbremsung macht, das dann noch genügend Zeit hat zu bremsen. Lass ich mal einen kleinen Satz einfließen. Daumen! 50 Meter Höchst. 50 Meter Höchst. Und da haben wir noch gar nicht an, weil wir da vielleicht mal zu Wort hatten, auch am Freitag gesagt. Ja, voll. Ja. So einen schönen, schöner Sonntagspot. Vielleicht mal schöne Türken aussuchen hier. Wer wartet jetzt da? Ja, Conor, du kannst die Wandlinke ausmachen, ne? Naja. Also der Dommel fährt normal mit. Er ist in Kansas City heute, der fährt normal mit, ne? Ja. Richtig. Ridgeman heißt die Clifys oder Abstand mal, ne? Wo ist das Conor Ende? Fährt das Conor Ende, ne? Fährt das Conor Ende, ne? Auch 60. Hier sind die Zlücken, ist ein bisschen drin. Die Zlücken, also der letzte ist noch ein bisschen weit ab, also ein bisschen langsamer fahren. Es geht damit er auch nicht an. Wir bleiben bis 60. Wir bleiben noch 60, ihr könnt ja schneller fahren. Naja. Leute, ich habe gerade wegen dem bösen Dock. Bösen Dock. Ich musste gerade, äh, die Tore. Nee, ich hab mich gerade da an. Das war im Endeffekt, hab ich nicht gewöhnt. Nochmal bitte. Was war jetzt mit dem bösen Dock? Ich musste gerade wegen dem, äh, vollbremsen machen. Naja. Nicht so schlimm zu wollen. Deswegen ja, Abstand halten. Ja. Vollbremsen. Ja, wer bremst, verliert, ne? Ja. Wer bremst, verliert, ne? Ja. Nein, wir werden jetzt sozusagen hier, äh, etwa jetzt mit dem sind noch abgefahren. Bitte nicht. Wie schaut's jetzt hinten aus? Da sieht besser aus als vorher. Guck mal, glaub ich, kann jetzt langsam hoch, aber jetzt warten wir nochmal. Ja. Nicht so immens zu wollen. Achtung, Reisterfahrer, Achtung, Reisterfahrer, rechts ran, rechts ran, rechts ran. Jawoll. Kleiner Wichser, ne? Keiner Wichser. 325 angemeldet, oder? Achtung, Reisterfahrer. 325. Oh, ja. Ja, ganster Firmen auch da Beámel. Herr Türke, 325. Herr Türke! Nichts gegen Türke. Aber wieder zum den R Myster fighting. Danke für die Nachrichten. Alter, ich se esse gerade vor correr, ganzie vor ут fragile. Boah, tengo hier an. Ist nicht pastor quiし'ta. Unfall! Ich glaube ich sache, MaAN. Ein Schicksal hier, MaAN. er hat mich ja er hat mich voll erwischt keine angst in den nächsten fünf minuten steht im chat er wurde gewandt ja stehen alle oder ja also kann man weiter negativ was ich sehe das konnten wollen nämlich ja wir wollen das ist ärgerlich wie schaden hast du ja ich hab 13 prozent der 60 ist doch noch okay wenn wir getroffen worden sind ich bin du kommst du kommst klar mir leid ich denke schon gut Was ist das für andere? Toll Wie sagt man, aller Anfang ist schwer? Ja Moin Dommel, Nick, Dominic Ich sag jetzt einfach so, wenn ich jemand ziehe, der mit keiner Ahnung traut und KMH Achtung, Rolf, der kommt Ah, ich seh Aber diese Security hat ne geile Farbe Muss man sagen Gestohlen von der Krankheit Aber trotzdem geil Ich hab mein linkes Glasauge oben am Spiegel Robi, kommst du hinterher? Ja Na ja, alles gut Wie sind die Leute hinten wieder an? Äh, ja Gut Da drüben fahren wir runter ab, ne? Ähm, bitte Mittlere Spur Genau, wir fahren die nächste auf Mittlere Spur, gut Gibt's denn nicht jetzt? Bei Mannheim In der ersten Nacht, wenn wir die nächste runter fahren Okay Wir fahren in Mannheim in der Stadt Hört mal schon mal überlegen, ob man Äh, äh, Server weg von Atom ist Dass Freier selber immer voll sind Ja, gut Schöp Jetzt bleiben wir hier erstmal Vor allem jetzt dann wieder Serverachsen Was meinst, wenn wir das Hauptsache da sind Nicht lange Der Flo, der Ziller eigentlich wieder mittendrin, oder? Der Flo, oder was? Ja Ist der Floberg hinten irgendwo? Wer ist? Ja Ja Hast du den Flo schon mal wieder gesehen, der wo da gestanden war? Ja Gestanden keiner Ganz am Anfang Ne, der ist rausgegangen, glaube ich Der ist rausgegangen Der ist rausgegangen Wohl zur Werkstatt, einfach mal Genau Wieso bremst du ab, ohne was zu sagen? Ja, ich... Ja, weil schon der Ausfahrt kommt Der bremst, Mann So, von rechts Warum bremst du den Achtung miterst? Genau Hält mal rein Nach dem ersten Mannheim Ausfahrt Nach der ersten Mannheim Ausfahrt Nach der ersten Mannheim Ausfahrt Mit der Wegsmann Ganz im Kap, dann Tret in unserem Vollball Ey, ist doch nicht so schlimm Mein Gast hat mir eben, der Benel, dein Pebley Der hat sich gar dazu gemischt, ne? Ja, gut Solange nix macht, ist mir das egal Ja, ist eh ein Deutscher Ja Ja, das ist eh Äh, wo treffen wir uns jetzt, David? Äh, wir treffen uns die Werkstatt Ui Äh, Conor, ich würde dann erstell jetzt mal nach hinten rein Einführen Also Werkstattumgebung Also Werkstattumgebung Fakt über auf der Straße, wenn sie geht, ist der Binnen zu früh Ah, hey, ich hab da Danach geht's ab nach... Ja, ich musste eh mal zur Werkstatt Was? Ich geh die Schattenkolle Das ist eh 16% Das erklärt, wieso du so langsam bist Und ich war 50% in der Stadt Ich hab noch 0% Dich hat auch keiner frontal gerammt wahrscheinlich Ja, das glaub ich dir Naja, ich hab ja von hinten ab und zu mal gerammt Leider Ja, aber die Frass wird ja nicht repariert Leider Was denn zahlt die Firma? Die Firma zahlt immer Die Firma zahlt alles Die Firma zahlt alles Okay, ich lade ab, ne? Ja, ich lade ab Viel Spaß beim Planen, ich lade Was springt die Sache, oder? Und weh, seit dem Zettel unten nicht mehr da Ich lade ab, ne? Ja, ich lade ab, ne? Ja, das ist ne gute Fehler Ja, das stellen wir uns auf dem großen Parkplatz hinten, oder? Ja, wo denn? Gleiches Feuerhundung ist rechts unter und dann geht es wieder rechts rein. Da wird nicht angezeigt. Also jetzt vorne rechts unter die Kreuzung und dann rechts auf den Parkplatz. Wo ist der Parkplatz? Nein, jetzt gleich rechts raus. Der wäre gut. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Du bist sicher schon weiter weg. Ich bin bei der Werkstatt. Hey Connor, ich würde dir meinen, da wäre viel Platz gewesen. Connor, du könntest dir gegen die Einstellung deiner, ich glaube ich, wie es los ausstellen, damit du weniger rechts und mehr PS hast. Achso, jetzt gibt es auch die Aufwandköln. Wann kannst du da hin? Ablaufen? Ablaufen? Weiß ich. Wo fangt er hin? Ich muss sogar noch Fracht abladen bei euch. Aber wir müssen das jetzt nicht eintragen, würde? Hast du nicht, aber wer kann? Wie du willst? Werkstatt. Werkstatt, ja. Ja, ich habe eine Werkstatt. Die meisten sind ja alle gar ausgefahren. Ich glaube, es ist alle nach von den Leuten, was ablaufen kann. 60 Kilometer. Ich bin erst mal zuerst nicht mehr da, aber ich komme später wieder hinzu. Okay, Andre. Ja, aber schon mal, bis dahin ist sie kompakt. Ich meine, wir sind zwischendrin, ja. Ja, ich bin schon. Nein, nein. Ach, da ist der Wolf. Die sind auch im Garten. Ja, in Rotterdam kann weg. Was? Warte, da bin ich. Hallo. 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 Dann wappen wir in den Convoy Herren. Und wir sind von Duisburg nach Cali. Hmmm, Duisburg-Kalil-Convoy... Hmmm... Und die, die Schaden an der Bracht haben, dann entfνηst werden auch selbst immer geschossen. ich habe das gefühl das gefühl was man für die stadt und Stuttgart. Mit D oder T? Das ist... T. Stuttgart wird es T. D wie Dora. Nein, K. T. K. T. Stuttgart. Ja. T. A. E. T. K. T. T. Das ist das. T. 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 Ja, das ist die A37 oder A4 oder A4 oder A4 oder A4. Ich bin bei den 37. Video-Landeten, also das A37, A50 und dann auch die A1. Was ist die A73? Ja, die A4. Ja, die fahren durch die Autobahn. Also A73, A50, dann A1, A10 und dann A4 oder nicht? Richtig, ja. Okay. Nein. Der Anschlussiger gewesen, über die Spokalisten zu fahren. Ja, ja. Das war lustig, dann hätten wir nach 500 Meter rausgekommen. Rotterdam. Oh, hör auf zu. So ein Fronika-Kritte, ne? Tapp-